So wenig kommst du vorwärts? Nein Heinz, ich komme nicht vorwärts. Das ist kein Swellum zum Vorwärtskommen. Das ist eins zum Abnehmen. Dann nimm es doch ab, dann kommst du auch besser vorwärts. Heinz, du bist einfach der Ernst des Lebens noch nicht begriffen. Aber du hast recht. Hör jetzt auf, Trampe. Ich bin doch kein Trampe. Oder eines Trampe tut dir längst. Ja, genug wenig. Knie bügen, Ropf bügen. Was soll ich eigentlich sonst noch als Zweck bügen? 184, 185, 186. Das sollte schon mal richtig gut ausgehen für ein erstes Workout. Weitermachen, weitermachen. Dankeschön. 301, 302, 303. Warum redet ich eigentlich immer von Workout wenig? Was will ich ausschaffen? Ich denke, Muskeln. Ich will meine Muskeln aber lieber nicht ausschaffen wenig. Nein, nein, Heinz. Workout heisst nicht ausschaffen, sondern rausschaffen. Es ist damit, dass man die Muskeln unter einer Fettpölster wieder sieht. Damit die wieder vorne kommen. Warum willst du, dass man deine Muskeln wieder sieht, Wein? Ja, einfach, Heinz. Ich habe mir auch vorgenommen als Neujahrsvorsatz. Einen Neujahrsvorsatz? Wir haben ja gemeint, du machst hier keinen Neujahrsvorsatz. Du hast gesagt, dass jeder Vorsatz ein Rückschritt ist. Weisst du so? Vorsatz? Rückschritt? Jetzt bist du wieder am gleichen Ort. Das bringt nichts. Mhm. Weisst, Heinz, früher war ich ja eine richtige Maschine. Sie haben mich alle mit Werner Günther verwechselt. Ja, sicher, Werner. Wenn du wie Werner Günther ausgesehen hast, dann habe ich ja nie wie Heinz Franzer ausgesehen. Der hat Franz Heinzer geheissen, Heinz. Der andere hat Günther Werner geheissen. So kommen wir zu Hause mit der Sprache, Werner. Warum sind wir da? Günther oder Günther nicht? Das ist hier die Frage. Ah. Ja, so gut, Heinz. Ich habe ein Date. Was? Mit wem? Mit der Reguolala 47. Das ist ihr Name auf Tinder. Jetzt haben wir in drei Wochen abgemacht. Ich dachte, jetzt muss ich auch noch eine Gattung machen. Sie hat so wunderschön ausgesehen auf dem Viertel. Aber Werner, dann ist ja alles gut. Abgemacht ist abgemacht. Wo ist das Problem? Das Problem ist, dass mein Viertel auf Tinder eben schon ein bisschen älter ist. Wie viel älter? Jahrtausend, Wendy. Hoppla. Dann wäre noch viel Glück, Werner. Du musst dir doch treu sein, Werner. Das bringt doch nichts, sich zu verstellen. 1.130, 1.32, 1.33, 1.33, 1.34. So, Werner, komm. Jetzt hören wir auf mit dem Wellness-Fitness-Schmelz-Käschen-Eistreck. Ja, genug von diesen Liegestätten und den ganzen Klimp im Zug. Liebe Gäste, wir machen Sie darauf aufmerksam, dass unser Gymknopf, Dampfablon, tut, tut gut, in 10 Minuten zumacht. Wir wünschen allen eine fähigte Nacht. Werner, komm, wir gehen uns umziehen. Ja, hast recht, Heinz. So, komm, Heinz. Wir machen noch etwas für den Stoffwechsel. Dann kommen wir nach in den Garderuben. Der Stoffwechsel in den Garderuben, der war gut, Werner. Werner, ich meinte, du machst keinen Neujahrvorsatz. Du hast gesagt, dass jeder Rückschritt ein Fortschritt ist. Nein, ungekält. Du hast es keinen Stoffwechsel. Ich habe das nicht nur noch eine Stoffwechsel. Wir machen noch eine Stoffwechsel. Ich gebe es einen, was ich nicht. Vielen Dank.